Are you ready? Heute? Ich glaube nicht. Geil. So, jetzt wird es ein wenig leiser. Auch unsere Gauwetter. Einmal Gacho. Gacho! 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 Ich bin hier. Und jetzt kommen wir Jetzt! Und das sind die Schmutzschmutzung aus. Gertrecher! Die Muschschmutzung ... Wir brauchen jetzt keinen Zettel, weil jetzt kommen unsere Edelburghexen mit unserer Anja. Die sind wieder voll trendend. Und auch die hier in den Schlachthof, Edelburghexen, zeigen uns jetzt eine wunderschöne Pyramide. Oh nein, die machen wir dann. Was machen die da? Jetzt wird es derjenige schlecht, oder Anja? Wird es derjenige schlecht? Müssen wir derjenige dann helfen? Hexenshow gehört sich sagt, ist das besser. So, auf die Edelburghexen, dreimal Edelburg! Ich habe doch gar nichts abgeraucht. Als nächstes haben wir, oder begrüßen wir die Narrenzunft aus Wart mit ihren Bauern und Teufeln. So, und ich will euch klatschen hören. Einmal anfeuern. Das ist nicht mehr so viel, oder? Aber jetzt! Stopp! Danke! Wir gehen jetzt drüben, oder? Wir können auch ein Selfie machen. Ja. Ich kann auch eine Frage. Ich kann auch eine Frage. Selina. Sorte. Nimm mal die Frage. Waaah. 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 Musik Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! 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 Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey!